Gut. Ich bin fett. Ähm, ja, du weißt schon, dass das alles auch einfach nur daran liegen kann, dass euch ein Schnellspanner nicht vernünftig zu war, ne? Ja. Gut möglich, ja. Da ist jemand an der Schraube nicht richtig. So. Also, wenn's geht, nicht alle durcheinander kreischen gleich. Sondern wir spielen konzentriert die Sache runter. Jetzt! Okay. Ja, du gehörst zu den Heavy Steel mit Hochfahren, Linda. Gut. Alle Heavys fahren mit der TS5 ist unten der Heavy. Achso, die TS5 ist unten. Entschuldige, ich empfehle, ich wollte nicht, dass ihr das mithört. Alles gut. Also alle Goldladen, die Heavys fahren hier hoch. Hier der Light. Da hier der TD. Und die drei Mates fahren hier ran mit dem TS5 und wir beurteilen einfach Ben oder ich sagen an, wenn wir hier hochziehen. Wenn die hier pushen, ziehen wir die Mates zurück und die Heavys versuchen hier runter zu ballern. Oder wenn's sich anbietet, auch hier, oder? Oder so. Scheißegal. Ihr müsst ihr beurteilen. Alter, dass er möglichst schnell ran kommt. Aimt schon mal hier hin, falls der Light hoch will vom Gegner. Oh, scheiße. Schaden. Ich bin ziemlich gut gespawnt. Ich könnte eigentlich durchziehen. Gell, Entscheidung. Wart einen Moment. Ja, wenn dann müssen wir gleich rein. Also komm, hoch, 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 hoch. TS5, du kommst auch mit. Ne, der bleibt unten an der Ecke. Und du aimst hier ab, du machst hier Schüsse, okay? Ja. Wir geben hier die Sideshots. Wie viele sind das? Fast alle. Fünf. Steht da rechts oben. Ne, ungescheu. Ich bin leer. Und unten hin. Ich bin offen. Sechs. Die ziehen alle durch die Mitte durch. Acht Heavys. Zwei fehlen noch. 1TD und vielleicht Arty? Ja, irgend sowas. So, die sind alle da oben. Gut, dann komm ich hoch. Da ist ein Light. Okay, wir... Ben, wir gehen ein bisschen nach rechts rüber. Hier sind drei. Komm. Ich fahre, fahre ich jetzt rechts vom Donut oder links vom Donut? Da ist noch ein One-Shot. Einer fehlt noch. 27 Strukturpunkte. Ja, jetzt wird wahrscheinlich ein TD da hinten sein. Jetzt... jetzt... 14 Punkten. Flankieren. Jetzt sind keiner geworden. 122 Punkte. Bin leer, T-44. Kannst vorfahren. Als nächstes zu mir ist 3A. Ja. Okay, guckt auf die HP, gell? Sehr schön. Ich bin Körner geworden. Denkt dran, ich habe keinen Tor. Hier fahrt mir immer ein Schuss, ne? Ich kann den nicht weg. Guckt auf die HP. Immer auf die HP schauen. Defender 1038. Defender. Einer von den Defendern. Ich habe da noch einen gefunden. Defender. Okay, Defender drückt. Denkt dran, ich habe immer noch einen Tor. Defender 700 Punkte. Die ist 3 mit 503. Ja, schön. Okay, next. Defender. Ich fahr mal andersrum. Äh, Christoph, hol dir den LP. Gut. So, Mäuseband, ich bin auf. Du hast den euch schmecken. Schön, Christoph. Wer nicht, gönne ich mir. Wir haben die Schweiz besiegt. Ja, schön. Gute Leistung, ja. Damit haben sie nicht gerechnet. Wir haben richtig viel Gefechte auf der Karte, ja. Ah, es war doch noch gut, das Besatzungsbuch zu investieren. Jo. Jo. Der, äh, Dings hinten war gut, Tim war gut hinten. Super. Ja, sag ich doch, der war wichtig. War richtig, ja. Gut gemacht, ja. Soll ich jetzt noch was sagen? Ich habe keinen einzigen Schuss Gold geschossen. He, das ist mit Schuss Gold. Das ist mit Schuss, vom 3-A-N-T-T-T-T-T-T-T, der wird die Schlüsselgelder und der S-T-T-T-T-T-T-T-T.